hallo liebe freunde und willkommen zurück zu einer neuen aufnahme mit dem guten romeat der sich hier in minecraft verschanzt hat ja ihr seht das ist die serverversion wir sind wieder auf dem eigenen server unterwegs ja und wir haben noch einiges einiges vor wenn wir ehrlich sind noch vorher einige häuser zu verbinden unter anderem zum beispiel dieses hier und das werden wir jetzt einfach mal anfangen so hier wenn wir natürlich eine tür reinzimmern hier unten das wird auf jeden fall noch cobblestone werden zack 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 die treppen werde ich wahrscheinlich bis hier vorne hin versetzen also es wird ein komplettes terraforming des ganzen dorfes hier geben für das alles unseren wünschen und parallelen anpassen können auf jeden fall das fenster hier wird auf jeden fall kleiner werden werden es aber auf jeden fall neue reinzimmern das erste mal nur drum dass wir hier nach und nach unser kleines zuhause schaffen egal wie so und dazu zählt natürlich auch dass das hier alles sich nach und nach in pflastersteine verwandeln wird ja dann jump du mal noch ein bisserl rum mein freund das kann somit also auch weg da wird das ganze hier zugepflastert dieser stein werden wir sowieso noch massig bekommen auf jeden fall kann sogar sein dass ich das irgendwann denn in holz austauschen werde wenn das hier jetzt unser zuhause wird aber vorerst hauen wir hier erstmal flasterstein rein das ist einfach massig genug haben das wird langsam wieder dunkel müssen uns beeilen auf jeden fall hier jetzt sind wir gleich ein riesen problem was hier monster angeht ja dann nehmen wir uns mit wenn wir denke ich mal nachher noch brauchen um draußen noch weitermachen zu können schaffen uns praktisch unsere kleine eigene umgebung hier auf jeden fall hauen wir uns hier über fackeln dran ganz ganz wichtig hier oben natürlich auch alles dicht machen alles mit fackeln auskleiden sonst wird es gleich zu düster hier und wir bekommen häufigen besuch kann man machen können ist schon noch die türe basteln wenn ich einen holz am mann habe kann noch ein bisschen holz machen so da eine türe da eine türe haben wir das erstmal soweit sicher hier zumindest soweit es geht das werden wir auf jeden fall noch massig brauchen weil der zählt ich will das ganze hier ein bisschen was einzäunen ist das eine drucker platz ne die will ich nicht genau ich will so stüffchen 36 macht denke ich mal auch zu wenig bei juta joshi musik hier so griffen wir hier oben einfach an können das ein bisschen zuzimmern dass wir praktisch oben später noch eine zweite etage reinkleistern können so geht doch gut hier und ich will so nach und nach hier den server denn so gut es geht ausbauen und schon mal so eine kleine heimat schaffen für einige leute die sich hier schon praktisch mit dazu bereit erklärt haben mit mir zu zocken mit mir zu zocken vier stück können es insgesamt sein dann schauen wir mal wie viel das im endeffekt werden so auf jeden fall noch ein paar fackeln sonst können wir das knicken sonst können wir das knicken hab ich hier noch ein paar hier dann gehen wir eine zeit wo es draußen nacht wird oder ist gehen wir ein bisschen strip mining betreiben so das hier auch rausgeleuchtet vielleicht noch eine hin machen hier machen wir welche hin hier drinnen ganz wichtig auch da reicht nicht eine das müssen mehr werden genauso wie hier ja hier der boden gefällt mir nicht das heißt müssen wir nochmal kurz oh was ist das denn hier ja so können sich die leute denn praktisch über ein fertiges zu hause freuen wenn sie den irgendwann mal hier mit mir zusammen einloggen wie gesagt würde ich mal gucken hier ist noch eine zweite kiste dran dass ne da brauche ich noch ein paar ein das ist soweit alles fertig ist so das tun wir mal rein das tun wir mal alles rein dann dann behalte ich mal das alles weg die blume weg die stühchen weg das holz die kartoffeln behalte ich mal hier genauso wie die karotten ich bedürfe jetzt in nächster zeit auch ein paar mehr verbrauchen auch ein paar mehr verbrauchen die türe mache ich trotzdem vor ich sage mal zu und dann gehen wir mal herab in die tiefe hier die mich mal lassen würden was war das denn gerade oh ein Bewohner hier unten in unserem Gang werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer gehen was ich mal machen kann Holz hab ich ja eh dabei vier acht werde ich brauchen ne vier hätten gereicht naja egal bauen wir uns hier mal so einen kleinen Crafting Table rein dann können wir uns hier noch ein paar ja komm Stickies zusammenbasteln zack und damit bauen wir uns jetzt einfach noch ein paar Leitern so die dürften eigentlich reichen würde ich sagen noch einiges hier in die tiefe können können wir mal da hinten zurück latschen machen wir uns dann eben einfach noch eine Nische und gehen von da an denn hier in die tiefe herab so da haben wir auch genug dabei jetzt muss ich halt nur die Leitern unten ins Fenster ziehen es gab übrigens ein neues Update was eigentlich nur Bugfixes beinhalten soll ich gehe aber nicht von aus dass dem nur so ist sondern ich gehe von aus dass einige andere Neuerungen mit reingekommen sind die wir leider denn nach und nach erst herausfinden werden so ich bin auf jeden Fall Monster und nicht nur Spinnen hier sind auch irgendwo Endermänner hoch und es wird immer lauter jetzt sollten wir aufpassen dass wir nicht in die Höhle runterplötschen ich habe mich jetzt keine große Lust zu wenn ich ehrlich bin ich gehe mal kurz hier da sowas meine ich sieht aus wie eine Mine oha jetzt erst gesagt auch ein bisschen schiss mich weiter runter zu graben da na super auf jeden Fall ein Enderman kannst du die Stelle hier mal zumachen so was wir hier wissen dass es eine Mine ist können wir die später erforschen erst mal Fackeln anbringen so so aber so wissen wir dass hier auf jeden Fall eine Mine ist schon mal sehr nice das Eisen nehme ich mit das mache ich zu so na komm das ist immer das Risikoreiche wenn du hier in so Gefilden unterwegs bist wenn du dich natürlich weiter runter gräbst dass du immer in die Höhle fallen könntest deswegen werde ich jetzt hier so zwei Abstände nach unten graben siehst du hier ist jetzt das Problem hier ist jetzt das Problem hier ist ein Dungeon und und bei diesem Dungeon gibt es viele viele Monster deswegen werde ich jetzt mal probieren ob wir vielleicht hier das Street Mining schon betreiben können auch wenn wir hier auf verschiedene Gänge stoßen werden so habt ihr auf jeden Fall eine Fackel hier rein müssen wir uns wahrscheinlich gleich auch wieder einen Crafting Table bauen weil wir uns hier unsere Materialien kaputt gehen unsere schönen Spitzsack und sowas hier haben wir das erste Gold und hier haben wir die nächste Shit ja das Gold nehme ich mit aber ich werde nicht in dieses Dungeon gehen so dann mache ich nämlich hier einfach wieder zu schaue mir hier eine Fackel hin markiere ich mir das dann graben wir mal in die andere Richtung hier weiter tja und auch ins nächste Chaos zu kommen na klasse ich denke mal hier machen wir selbiges hier auf der anderen Seite holen die Scheiße zu so und fahren uns einfach weiter geradeaus durch oder auch nicht das kann eigentlich nicht wahr sein das kann eigentlich nicht wahr sein sonst hast du immer Probleme solche Höhlen zu finden jetzt triffst du genau wenn du so ein Sweep Mining betreiben willst um einfach ein bisschen an Ressourcen zu kommen auf genau diese Höhlen wo du sonst sagst jetzt gehen wir mal auf Wanderschaft immerhin Erde bekommen wir gut zusammen immerhin Erde bekommen wir gut zusammen so Spitzsack wollte ich gerade sagen ist jetzt eh hin ach wir haben ja noch einer dabei sehr gut Zäune haben wir uns ein paar aufgesammelt auch sehr gut so dann haben wir uns die noch kaputt hier zu Klump dann können wir wenn es langsam hell wird beziehungsweise wenn diese Spitzsack im Eimer ist nochmal nach oben gehen gucken wir uns das Ganze an und basteln da ein bisschen an unserer Behausung weiter erstmal zumindest provisorisch und ich habe noch vor super super viele Bäume abzuholzen mit dem Hintergedanken dass wir unser kleines Dörfchen vorhaben dann noch einzäunen wie so eine Art großes Vor damit wir da ein bisschen sicherer leben Eisen sehr gut kann nicht mehr so wenig wenn ich ehrlich bin hier hier nur eine Fackel hin Frosche Malz habe ich heute wieder nächstes Gold sehr gut findest du lustig um Gold abzubauen verbrauchst du voll viel deiner gecrafteten Spitzhacke aber Gold selber hält in Waffen beziehungsweise Werkzeugformen überhaupt nicht lang so gucken wir mal hier was mir gerade auffällt doch ich wollte doch sagen nö eben nicht warum kann man da kein Gold ah 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 ich verstehe Gold können wir nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen wenn wir das so abbauen dann haben wir da ein riesen Problem ah ich scheißendreck hab ich total vergessen na egal Kohle nehmen wir uns mit nehmen wir die EP auch noch mit dann passt das Ganze so Levelaufstieg sehr gut doch eine sehr große Ader hier nicht mehr in der Nähe von der Mine ist ja eigentlich sowas zu erwarten gestern übrigens noch super lang Terra aufgenommen fängt mir langsam an richtig Spaß zu machen und hier mit dem Minecraft-Server ist mein Ziel halt gemeinsam irgendwann mal durch so Abenteuer zu streifen und zu erleben wenn man da nicht ewig alleine unterwegs ist weil alleine haben wir ja gesehen auf unserem eigenen Server können wir noch andere Projekte starten aber wie gesagt um ein bisschen was vorzubereiten nicht ganz im Leeren dastehen hab ich mir gedacht komm spiel mal schon ein bisschen vor jetzt gehen wir erstmal zurück na da geht's doch schon nach oben ja damit die Leute auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vorfinden an Schutz und so weiter so es regnet draußen hell ist es aber wieder das ist schon mal sehr sehr positiv kann man alles da rein tun ja dann werden wir noch brauchen und ähm jetzt basteln wir uns erstmal nachdem wir hier in den Ofen nochmal ein bisschen Eisen reingeschmissen haben weil ich natürlich jetzt gerade weggelegt habe ein paar neue Werkzeuge so dann gehen wir mal ein bisschen raus ein paar Bäume abholzen auf jeden Fall noch wie gesagt die brauchen wir schaune und dann geht es aber